Das war nicht so sneaky, wie ich mir das jetzt... Was? Ich wollte es nochmal ausprobieren. Ach du Scheiße. Nein! Es tut mir leid. Ey, warte mal. Na komm schon. Ich stirb. Sehr sneaky. Mein Gott, ich bin die beste Einbrecherin der Welt. Ich hab ja auch mal Payday gespielt, da war ich mindestens genauso gut. Tastatur? Okuda, Entschlüsselung, Projekt Upgrade. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbüchern in 4800 galaktischen Sprachen versucht. Die Recherchen über Okudas Familie haben auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen, wenigstens nicht zu unseren Lebzeiten. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl, sogar ein Geruch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns mit den Alternativmethoden zum Knacken der Sicherung dieser Box. Wait! Was hab ich jetzt gekriegt? Yay! Oh, 4800 ist nicht schlecht. Das fällt dem bestimmt nicht auf. Der hat so viel Geld. Meine Güte. Der hätte auch noch mehr drin sein können. Gehen wir jetzt denselben Weg zurück, wie wir gekommen sind, oder laufen wir durch die Tür hier? Ja, wir gehen einfach durch die Tür. Speichern. Oh, der Wachbeamte ist weg. Und es hat hier überhaupt keiner mitgekriegt. Okay. Wieso auch? Mein Gott. Äh, gut. Wir haben oben uns noch gar nicht umgesehen. Falls wir da hin können. Können wir nicht. Dachte ich mir schon. Da stehen zu viele Leute. Na gut, dann kochen wir mal. Ich möchte auch hier nochmal speichern. Ja, warum nicht? Hmm. Hmm, ich nehme meine Variante. Wow, das war einfach... Das war deutlich einfacher als gedacht. Ich schätze auch mal, dass er sich selber zu gerne reden hört. Können wir noch mal mit ihm quatschen? Ja, ist gut. Okay, können wir nicht. So, wie soll ich jetzt das Passwort rauskriegen? Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Irgendjemand, der noch mit mir reden möchte? Über das ein oder andere Thema? Ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Kaliber der Menschen, die er hat geholfen. Hallo? War das eine Spitze gegen uns? Wir sind ja wohl mal formidable. Hier ist gar keiner mehr. Wie kacke ist das denn? Okay, vielleicht müssen wir in den Sicherheitsraum rein. Schätze ich. Falls wir das können. Ich weiß nicht, wie gut das ankommt, wenn du hier einfach mal eine Tür hackst. Nicht suspicious, gar nicht suspicious. Hier stehen auch Weingläser. Was? Ah, Schock. Äh, okay. Warum sind die gerade synchron runtergegangen? Ah, na gut. Yay. Datenbett lesen. Nons, Nans, Nens. Ich hab dasselbe Problem. Hier gibt's so viele Passwörter, da kennt sich keiner mehr aus. Das Passwort für heute Abend lautet Perugia. Und das ist nicht mal leicht zu merken. Ist aber kein Problem. Durch den Stimmenscanner kann sowieso nur Hock mit dem Passwort was anfangen. Trinken wir nach der Party ein paar Biere zusammen? Sag einfach Bescheid. Hat mir nicht mal irgendwie jemand gesagt, sie hätte die Mona Lisa auch nochmal gestohlen? Oder so? War sie das? War das so? Ist das ein Zeichentrick? Das ist ein Zeichentrick. So ein Kroganer, KTV, 420. Hm, schön. Denn, ähm, wollen wir mal ganz unauffällig uns in den Tresorraum schleichen? Warum da auch keine Wache steht, finde ich auch etwas seltsam. Selbst wenn es so gut beschützt ist, er hat doch offensichtlich Angst, dass sie ihm trotzdem was abhanden kommt. Weswegen er so ein Drama vor der Tür gemacht hat. Und jetzt ist auf einmal alles gut. Oh, was ist das? Wes? Oh, ich verstehe. Ich muss das zurückverfolgen. Wo das herkommt. Ah! Das ist ja cool. Äh, da lang. Lasst euch nicht stören. Wer verlegt denn hier bitte die Kabel? Einmal um die Leute rumgerannt. Ja. Äh, da, dahinter? Bitte was? Interessant. Es ist stöhnt versteckt. Hätte man die Sicherung nicht vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, woanders anbringen können? Wir haben ja die DNA gefunden. Und, äh, die Stimmgruppe hat sie auch, ne? Das war wirklich einfach. Und, äh, ich verstehe ich. Ja, bitte. Siehst du gut. Säß. Und, äh, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Und, äh, ich verstehe. Das war's für heute. Darf ich mir alles andere trotzdem... Oh, Kacke. Okay, nee, doch. Ich dachte, das wäre dein Timer. Ja, in deiner Jackentasche vielleicht. Ich würde gerne die Sachen angucken, bevor wir... Wir haben ja Zeit, ne? Ah, ach, mir Königin. Die, die wir kennengelernt haben, war ganz nett. Das sind nur irgendwelche Tafeln. Könnte, könnte die Liege sein. Eine sehr unbequeme Liege. Kreatur, ähm... Statue, Kreatur... Was ist das? Groganisch, also dort nochmal. Ist das schon wieder Toreanische Art? Das sieht echt komisch aus. Ähm... Das könnte... Greybox. Nein, die will ich noch nicht aufheben. Sorry. Ah! Ägypten. Können Sie mal auf der Erde vorbeischauen. Alter, ja. Ich erinnere mich an diese Teile. Hm. Sehr unangenehm, der Gedanke. Nein, danke. So, da hinten haben wir noch was, was ich noch nicht gesehen habe. Was ist das? Ist das ein Toreanisches Schiff? Ja, es ist auch untergegangen und gegen einen Eisplaneten vielleicht gestoßen. Das ist, äh, ne. Ja, okay. Über Kunst lässt sich bekanntlich streiten. Wow. Imagine that thing coming at you in a dark alley. Das sieht so ein bisschen aus wie das Vieh, ähm... Was mal der Shadowbroker war für kurze Zeit. Aber ich glaube, das ist es nicht. Oder? Sieht tatsächlich sehr gruselig aus. Ein Jack. Jack hießen die, glaube ich. Aber das Jack-Ding, was wir gefunden haben, sah weniger muskulös aus. Oh Gott. Ja, dem möchte ich wirklich nicht begegnen. What the fuck? Hat er den Kopf der Freiheitsstatue hier hängen? Das ist doch nicht die richtige Freiheitsstatue. Willst du mich verarschen? Doch, der Kopf der Freiheitsstatue. Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Äh, da hinten ist ein Modell der Citadel? Oder was soll das da sein? Noch eins. Und andere komische, sehr ähnlich aussehende Stücke wie hier. Ist das ein Spiegel dahinter vielleicht? Ne, wir haben hier die Türme nicht. Okay. Gut. Ja, wir haben es gefunden. Wie wäre es mit dem erstmal? Das muss ich mir irgendwann nochmal durchlesen. Neue Waffe. Cool. Oh mein Gott. Da ist es. Don't bother, Miss Goto. It's code locked. I had a feeling that was you at the door. I knew if it was really you, you'd get through anyway. You know me. I don't like to disappoint. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming, just block your... No! Have I got your attention? That's shut him up. Kill them! Ups. Ich glaube, jetzt ist er mad. Mach euch langsam Platz. Genau. Schöne Informationen bleiben, Freunde. Ah, warte. Ich hatte doch... Hat sie nicht überladen? Ja, so. Warte. Da und einmal das hier. Huh. Warte. Jetzt können wir sie ja mal... Und wenn du schon dabei bist, flieg eine Runde. Boom. Ah, diese Scheiß-Bandgranate. Boing. Ich brauche keine Munitionskraft. Dankeschön. Wo ist denn East? Lauf ich hier richtig nach East? Ist das East? Ich kann... Oh, ja, gerne. Ich würde mal mich auswählen. Ach, die trage ich jetzt schon. Das Modell L12 Locos von Casa Fabrications ist eine kompakte Maschinenpistole, die für die Allianz entwickelt wurde, aber heute vor allem bei Kopfgeldjägern und Auftragsmilchern beliebt ist. Dank ihres komplexen Mechanismus... Ach so, das ist gar nicht... Ah, nein, nein. Siehenshaft. Wir haben für den größeren, das haben sie deutlich präziser als vergleichbare Modelle ihrer Klasse. Okay. Ich dachte, da steht was zur Geschichte, aber nein. Hm. So. Das heißt, das ist eine Maschinenpistole. Die können wir ja eigentlich mal ausprobieren demnächst. Ich, äh, speichere kurz und dann gehen wir. Wo haben wir die denn? Das ist die Maschinenpistole. Äh! Der ist schon fast tot. Dann schmeißen wir den mal kurz hoch. Äh! Das gefällt mir nicht. Ah, die ist wirklich sehr präzise, das stimmt. Okay, ähm, das Ding da hinten, das, ähm, gefällt mir nicht. Kannst du den mal kurz... Ach, der hat sch... Das müsste doch eigentlich gehen. Hm, okay. Oder nicht jetzt so. Hör auf zu schießen! Hör auf zu schießen! Hm. Schild, runter! Warte, warte, warte. Brenn mal, bitte. Und, äh, ich glaube fast, dass ich das nehmen muss. Ja, ja, das haut mich die ganze Panzerung weg. Könntest du bitte explodieren? Alter! Was war das denn? Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Verdammt! Ähm, könntest du vielleicht... Ich liebe die Musik gerade. Okay. Ich glaube, wir leben und alles ist gut. Ich darf nicht speichern. Alles ist noch nicht gut. Ah! Erschreck mich bitte nicht so. Wo hast du dich denn versteckt? Zu spät, Kazumi. Zu spät. Wo kommen die jetzt? Ja, das ist doch klar, dass wir hier nicht einfach rausgehen können, liebe Kazumi. Das, ähm, hättest du dir denken können. Immer einen Plan B haben. Okay, hier ist nichts weiter. B, D, A hacken? War das jetzt da oben? Ja, ja. Komm, gib her. Äh, ja. Für zwischendurch. Die Waffe ist nicht schlecht. Also, irgendwie macht die Laune. Hilft jetzt nicht gegen so einen großen, äh, Roboter-Monstrum-Teil, aber... Äh, hallo? Oh Gott. Seid doch nicht so zu mir. Oh. Ich schätze mal, auf instabile Tanks zu schießen bringt nicht so viel. Au, 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 au. Willst du mich verarschen? Steh mal wieder auf. Aua. Jetzt sag mir nicht, da kommt noch mehr. Ja, mach sie fertig. Warte, 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 warte. Hier. Äh, hat es getroffen? Ich glaube nicht. Ach so, ach so. Das war der Hinweis. Warte, ich hab doch... Hilft das? Das ist nicht nah genug. Okay. War ein Versuch wert. Inhabil, wie sagen Sie so überleben? Warte! Inhabil, wie? Bis zum nächsten Mal.